Jo, hallo Leute und ich mache mir ein kleines Info Video, weil ich eine kleine Frage auch nicht habe und ich wollte mal von euch wissen, wie ist denn momentan so eure Meinung, also euer Feedback-Kriterien und so, weil zum Beispiel, ich habe manche Videos nicht gelistet, sie sind aber trotzdem in der Playlist vorhanden. Und vielleicht habt ihr Vorschläge, wie ich das verbessern kann, dass diese Videos auch wirklich dann erst auftauchen, wenn ich es will und nicht vorher. So, dann ist ja mein Voting-Kriterien nicht das Beste, deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht Kritik äußern wollt, Änderungswünsche, was ich denn so im Bereich des Möglichen verbessern könnte an meinen Videos momentan. Ja, und wie gesagt, ich will euch jetzt damit nicht lange aufhalten mit meinem Text, sondern lasst euch jetzt einfach mal, ja, Bühne frei für eure Meinungen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Projekt, bzw. Part. Tschüssi Kowski Leute. Tschüssi Kowski Leute. Tschüssi Kowski Leute. Tschüssi Kowski Leute. Vielen Dank.